Ich habe jetzt eine unglaubliche Ehre und ich bin total nervös eigentlich, weil ich habe heute gar nicht damit gerechnet und, also, das ist schon arg, das hat man vielleicht noch einmal im Leben, ja. Ich möchte euch jetzt jemand ankündigen, der für uns alle und in der Geschichte unseres Landes und überhaupt ur-org für uns urwichtig ist und war. Aber es ist mir noch nie passiert, dass ich einen Kaiser angekündigt habe und es gibt dann immer so viel auf der Welt, aber heute habe ich diese unglaubliche Ehre und ich bitte euch alle, um ihn kurz zu begrüßen, wenn er jetzt dann gleich kommt, seine Hoheit, kurz die Arme hochzureißen und einfach zu frohlocken. Also, liebe Freunde, hier ist er, der Kaiser! Oh, der alte Gott behüte, unser Kaiser, unser Land! So, guten Abend. Ich fange immer meinen Vortrag mit einem Zitat von Stefan Zweig an. Stefan Zweig hat gesagt, ein guter Vortrag ist ohne Manuskript und ein genialer ohne Vorbereitung und ich halte Stehgreifreden zu verschiedenen Sachen. Heute hat man mich ersucht, ich soll aus der Sicht des fiktiven Kaisers die Ukrainen-Krise besprechen. Und zwar, wozu braucht man einen Kaiser? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg im Jahr 1912 war der Roosevelt in Wien und Roosevelt und Franz Josef sind so zusammengesessen und der Roosevelt hat gesagt, ja, ich bin Präsident, Sie sind Kaiser, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Darauf sagt der Franz Josef, ja wissen Sie, Herr Präsident, meine Aufgabe ist es, meine Völker vor meinen Politikern zu schützen. Bravo! Und meine Performance ist jetzt so aufgebaut aus Sicht eines, jemandem, der das Volk vor den Politikern beschützen könnte, wenn es ihn gäbe, was er jetzt zur Ukrainen-Krise sagt. So, ich spreche 25 Sprachen und ich bin darauf spezialisiert, dass ich am Internet Nachrichten suche und damit vergleiche. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel Wikileaks, egal was, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Schlacht von Waterloo hernehmen und alle 25 Sprachen durchnehmen, dann werden Sie darauf kommen, dass da 25 verschiedene Geschichten eigentlich stattgefunden haben, da schwanken dann die Toten von einer halben Million bis zu einer dreiviertel Million und es ist dann spannend, diese Artikel miteinander zu vergleichen und zu schauen, was tatsächlich sein könnte. Und ich habe da so die Erfahrung gemacht, die deutsche und die amerikanische Version, die kann man vor vornherein schmeißen, aber wenn die russische und die schwedische gleich sind, dann stimmt das meistens. Und ich habe da jetzt im Zuge der Ukrainen-Krise eine lustige Geschichte gefunden, eben auf russisch und schwedisch gleich, und die versuche ich jetzt zu erzählen. Und zwar behauptet da jemand, dass der Putin mit der Vergabe der Olympischen Spiele auch die Halbinsel Grimm dazu bekommen hat. Weil ja die Leute, die die Olympischen Spiele begeben, ja auch die gleichen sind, die in der UNO sitzen. Also da haben Sie zum Beispiel den von Monaco und was Gott was alles. Also man würde sich wundern, wie viele Paritäten das gibt. Dann gibt es noch eine zweite Sache. Es gibt, im Krieg gibt es immer den Point of Nori Törn. Das heißt, wenn ich so glatt in der Krim einmarschieren will, wie das die Russen gemacht haben, dann muss ich sowieso drei Jahre vorarbeiten. Das heißt, diese drei Jahre Vorarbeit war eigentlich der gleiche Zeitpunkt, wo der Putin die Olympischen Spiele nach Russland bekommen hat und eigentlich, ich sage jetzt einmal, zu den Sprungschanzen dann auch diese Fallschirmspringer ausgebaut hat, austrainiert hat und ausgebildet hat. So, warum hat man das gemacht? Wenn ich jetzt die Weltrüstungskosten hochrechne, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, 50% der Weltrüstungskosten haben die USA und 30% die EU, aufgeteilt auf 10% Frankreich, 10% Deutschland und 10% England mit Commonwealth. Das heißt, wenn ich jetzt alle zusammenrechne, dann habe ich eigentlich 80% und egal, wer der Gegner ist, der Krieg ergibt eigentlich mathematisch gesehen gar keinen Sinn. Und jetzt sagt eben dieser Internet-Chatter da, dass es eigentlich eine gute Idee wäre, wenn man jetzt den Putin aufblasen würde, wenn man jetzt den Putin wieder als bösen Mann hinstellt, dann könnte man in Amerika Rüstungskosten freimachen, damit er sich wieder auszahlt, zu rüsten. Der Deal war jetzt, dass der Putin die Krim bekommt, die Krim annektiert und als Gegenleistung die Ostgrenze von der Ukraine akzeptiert. Jetzt ist aber etwas passiert, was eigentlich so nicht vorauszusehen war, dass nämlich auf der Krim die russischen Pensionen viermal höher waren, wie in den anderen russischen Gebieten und jetzt diese russischen Pensionisten zu Russland wollen, also eigentlich nur wegen den Pensionen und eigentlich ist die ganze Sache jetzt ein bisschen deeskaliert. Was jetzt diese ganze Sache komischerweise jetzt bestätigt, dass in Sochi wird auf einmal zwischen Körlinghalle und Eishockeystadion der Grand Prix gefahren. Also als Bestätigung für das Ganze. Wenn ein Krieg ist, mache ich das nicht. Wieso hat der Bernie Eccleston und Putin schon gewusst, dass nach der Olympiade ein Grand Prix stattfindet? Es wird komischerweise eine Brücke gebaut von Körs, wo man von Sochi direkt auf die Krim fahren kann und auf der Krim werden Lizenzen für Casinos vergeben, wo komischerweise wieder die gleichen Leute die Casinos aufbauen, wie in Las Vegas und in Makao. Also aus meiner Sicht ist diese Sache bestätigt. Es ist natürlich für andere wieder ein Grund, dass man sagt, der Putin möchte einen Krieg von Zaun treten und in diesem Sinne habe ich jetzt von der ukrainischen Gesellschaft auch seine Diskussion wie die heutige gegeben und ich komme dorthin, wollte eigentlich halb ironisch über das Thema heute sprechen und auf einmal sagt dort eine Amerikanerin, obwohl es die ukrainische Botschaft war, schon unter dieser Prämisse, der sagt, the million question is, what is Putin thinking about, how he wants to go, that's the next, so the South is growing. Also was will der Putin als nächstes? Und ich versichere, dass der Putin gar nichts will, der will sehr Ruhe haben, Putin will Frieden. Und ich möchte jetzt die Friedensbotschaft in allen Sprachen sagen, also Putin wants to have the peace, Putin hat it mir, La Paz, wie Sie auch immer wollen. Danke. Applaus 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 Bis zum nächsten Mal.